Wir sind eine Beratungsstelle, die niedrigschwellig Hilfe und Unterstützung für gewaltbelastete Familien zur Verfügung stellt, in Form von Beratung und Begleitung zu anderen Hilfesystemen. In der Regel wenden sich Anrufer und Anruferinnen an uns mit den Themenbereichen körperliche Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen, seelische Gewalt, sexuelle Gewalt und Vernachlässigung. In der Regel sind mehrfach Belastungen der Kinder gegeben. Familien, die sich bei uns melden, sind oft in einer Situation, in der sie über manchmal viele Jahre hinweg sogar, manchmal sogar über Generationen hinweg, wenn man es familiendynamisch betrachtet, mit ganz viel Scham und Schuldgefühlen zu tun haben. Insofern ist der Weg, Vertrauen bei diesen gewaltbelasteten Familien zu erlangen, ein sehr schwerer und langer Weg, bei dem es natürlich abgeglichen werden muss, welche zeitlichen Bedarfe ein Kind hat, damit der Schutz an der Seite eines Kindes hergestellt werden kann. Oftmals befinden sich die Kinder und die Jugendlichen dann in einer besonders belasteten Situation, in der sie in Loyalitätskonflikten stehen, Schuldgefühle haben, eine Sündenbockrolle in der Familie wahrnehmen oder sogar Gefahr laufen, dass sie möglicherweise aus einer Familie sozusagen herausgestoßen werden. Wir versuchen dem Rechnung zu tragen, indem wir der Erwachsenen-Ebene in einer Familie und der Kinderebene oder Jugendlichen-Ebene eine Vertrauensperson an die Seite stellen, um dann mit diesen unterschiedlichen Vertrauenspersonen auch nochmal in die Beratung in verschiedenen Subsystemen zu gelangen. Redaktion Redaktion Untertitelung des ZDF, 2020